Und wehe, da steht jetzt kein Auto. Ähm, da steht kein Auto. Ah ja, klar. Steht ein Auto, du Lügner! Oh, keine Waffe, schade, ich wollte die Tanke in die Luft jagen. Du bist so ein Dixer. Was habe ich dir eigentlich getan? Ja, du hast das Auto doch getankt, oder? Oder hast du dich nicht getankt? Ja, es hat nicht gezählt, es war voll. Dankeschön. Naja, egal. Musst du an der Tanke tanken oder generell einfach nur auftanken? In der Tanke tanken und damit unter den ersten 25... Achso, das, ja. Dann brauchst du nur, äh... Wenn wir gleich ein bisschen sinken können, ist das drin, sag ich dir Bescheid. Wir müssen trotzdem unter den ersten 25 sein. Nein, wir müssen... Nein, bevor, bevor. Bevor. Ich bin anders diesmal. Da hinten sehe ich auf jeden Fall ein Auto. Ja, ich schwimm gerade rüber zu der kleinen Insel hier. Weil ich möchte mich doch gerne bei Lonzy revanchieren. Ich habe noch keine Waffe. Oh. Ist da drüben noch eine Waffe übrig? Ja. Ja. Okay. Genke. 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 Blonzy. Was habt ihr denn? Arschkrampe! Ja, lasst mich halt nicht hier drauf, ist in Ordnung. So, aber da vorne war ein Auto, hast du gesagt. Hier ist auch ein Auto. Hast du einen Sieg, Genesse? Nee, aber wenn wir schon mal ein Auto haben. Und dafür bin ich hoch in die Luft geflogen. Wollt ihr zu den Gegnern, oder sollen wir einfach abhauen? Erstmal im Benzinkanister. Ja, der Gegner sagt nein. Ist nicht scheißegal, was der sagt. Sag doch, ist mir egal. Das Haus auf der Getrage, oder irgendwie sowas? Ach komm, ey. Der ist da gut. Jetzt ja. Oh, da vorne ist noch mehr Geld. Ach man! Wie soll ich denn so unter den letzten 25 bleiben? Musst du nicht. Du musst den aufladen. Wenn du unter den 25 bist, ist es schon zu spät. Ja, deswegen sag ich das ja. Wie soll ich denn so unter den 25 bleiben? Ja, ich mag Kekse. Ja, ich mag Kekse. Da ist eine Scheune. Ist hier ein Benzinkanister. Kommen! Ja, fuck. Alter, mit drei Mann gleichzeitig. Warum soll ich denn da hin? Weil wir die ganze Zeit gegen Gegner kämpfen. Ja, ich hier vorne auch. Ach, Bot, mach was. Steht der da rum, wie blöd, ey. Danke. Gerne. Ich hab mir mal das Schild genommen, ja. Ja, 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 ja. Wir sind auch noch drei Fässer. Ach, f*** dich doch, alter. Willst du die mit mir zusammen aufkleben? Nein? Ja, bitte. Ach, f*** dich doch, ey. Was? Das muss ich erst was mitnehmen. Ich muss mich hier mal grad ganz kurz verstecken. Ja, mach das. Wofür mein Essen verbrennt? Ich hab keine Muni mehr. Was? Wofür? 255-Johannes? Ich hab keine Muni mehr. Nein? Was? 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 Egal, der Gegner ist One-Shot! Oh, was? Oh, was? Ach f*** dich doch ey Der kommt gerade im Auto da hoch Der hat ein HP wenn überhaupt Jetzt bin ich auch runter schon Den Partner ist bei dir Och man ey Ich will Munition haben Ich will irgendwie schießen Och man ey Hau ab Ich hab dir deinen Sniper wieder hingelegt Du kannst behalten Ich hab eine Ich hab nur für Ich hab Munition für gar nichts Ich hab keine einzige Patrone Ich will mal dann stehen bleiben Droppt doch einfach Danke Du machst mich wahnsinnig Manchmal Du musst mal die Dürzen machen ja Es ist keine Lust davon Nein Können wir rüber und können gegen die sterben Die wir eigentlich schon alle getürzt hatten Sorry 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 ich bin wieder da Wir hatten gerade ein Team tot Das ist komplett revived oder Ja weil ich keine Muni hatte Ich konnte nicht einen einzigen Schutz abgeben Da ist er Was ist eine Scheiße Alter Das ist weil wir sonst angeschossen wurden Es tut mir so leid Alles gut Vielleicht hilft es euch Dass ich voll umsonst aufgestanden bin Mein Essen ist noch nicht fertig Der ist hier unten Ist es Er ist tot Gott sei Dank Ich bin gerade im Hapern Nehme ich mir hier die Seine Ja Komm ich hab Noch mehr Gegner Nach da hinten Okay da hab ich Bäume im Weg Gott wenn du mich schon heilen willst Dann werf richtig Ja dich will er wenigstens heilen Was Was Ist tot geil dass ich sprinten kann Im Wasser ist noch irgendwo einer Weil der Bot ist da gerade so Ich wollte gerade sagen hier Turnt auch irgendwo noch ein Bot rum Da hinten Sniper Da ist auch noch einer Hab ihn Die da hinten Wunsch ich treffen Ich glaub der eine davon war ein Bot Ja 110 Ist der tot? Der hielt sich wahrscheinlich Oh schluch Mit einem hat passiert eben Da da ist der Fert einer mit dem Auto weg Das ist der wahrscheinlich Brauchst du mal von euch Moni Jetzt bin ich voll Hm Moni brauche ich nicht Nö Ein Biggie fände ich irgendwie nett Ja hab ich gleich für dich Wenn ja an der Tankstelle keiner ist Gebe ich dir den ja Hm ist das nicht die an der wir gestartet sind Oh ja Aber der hat ein Ding ins Bombsautomaten Ja oder so Ohne Biggies Aber keine Biggies Die Biggies hab ich vorhin gekauft Oh du Arsch Wie krankst du Ey damit hab ich die uns Ey man Du blöder Botmann Damit hab ich uns zu Anfangs Die Blue Life besorgt Ja Hat er wieder daneben geworfen Ja Nee Nee er hat sie getroffen Während sie den Biggie genommen hat Und das bringt natürlich unheimlich viel dann Dieser verkackte Bot dann schneller ist Wie dieser blöde Biggie Ja Oder auch schön dass er mich eben beworfen hat Obwohl ich voll bin Anstatt dich Oder dass der blöd rumstand Anstatt mich zu verriven Dass ich dafür erstmal mein Leben in Gefahr bringen musste Um dein Leben zu retten Ja Das fand ich ja auch nicht grad nett Wir sind super Wir besorgen uns ein Bot und prätisieren ihn dann nur Wir sind super So far Ja leider Gottes Jetzt hab ich vergessen Jan zu sagen Dass er bitte mal nach dem Essen gucken soll Fuck Ich könnte ihm über Whatsapp kurz schreiben Ich könnte ihm über Whatsapp kurz schreiben Die Wand kam mir aber sehr nah Ich hab jetzt auch einen Bot Damit wir diesen auch kritisieren können Jetzt will ich aber auch einen Bot haben Das ist unfair Könnt ihr eure nicht einfach entlassen? Nee Es müsste hier in der Nähe aber noch ein Bot geben Alles gut Fischstäbchen-Bot Ich weiß nicht ob der noch in der Zone ist oder Ach wir müssen jetzt sowieso dahin Ich weiß jetzt nur nicht ob der rekrutierbar ist Safe nicht Oder ob er nicht rekrutiert wurde Könnte alles der Fall sein Ja, ja Und wer sagt, dass er so nah an der Zone rumturnt? Ach nee, der ist eigentlich hier Der ist ja schon tot Ja, scheint so Er ist weg Aber egal Egal So ein paar Köfferschen wären jetzt echt nicht verkehrt Oh Oh Da ist ein Koffer Ja, nice Gank Shane Wir sind ja vorübergehend in der Endzone Hier fliegt einer In unsere Richtung Ich hab ihn aus den Augen verloren Hier ist ein Healer-Automat Da vorne kommen Gegner Kleine Fotze Ach fuck, alter Ich habe zwei down Einer ist hier aber noch Der ist hier unten Das ist ja ein endgeiler Ist ja ein endgeiler Wenn ihr jetzt nochmal abbrichst, Bot, dann raste ich aus Na ruhig Hast du alles, was du brauchst? Ansonsten hier draußen Hier ist ein Gegner Und hier unten auch direkt Ja Ja Ich raff gar nichts mehr, wo sind die hin? Ich hab einen Don Achso, der hat so ein scheiß EMP-Dingens Vorsicht Ja, ich hab ihn gesehen hier Ja Super Er ist hier vorne Sarah, das bringt nix Doch, ich hab ihn grad aufgetroffen Och man, ey Nein Der scheiß Bot, worauf ich ist hier abgehauen Geh, 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 geh Ich hab auch noch ein BG für dich, wenn du willst Ne, ich hab noch, danke Oh, ich hab einen hier down Der kam Aus dem nichts Loll Loll Boah Ey, was? Also die Bot, sie sind die reinste Scheiße Ja Tut mir leid, ich hab dich verstanden Als ich bieten würde, dann bin ich Untertitelung des ZDF, 2020